Warren Buffett hatte in den letzten Monaten eine richtig große neue Position bei einer Aktie aufgebaut und hat sich aber davor eine Sondergenehmigung der US-Wertpapieraufsicht eingeholt, dass er nicht verraten muss, nicht öffentlich machen muss, um welche Aktie es sich handelt, solange bis die Position komplett aufgebaut ist. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und welche Aktie es sich handelt und ob auch diese für uns kaufenswert sein könnte, das erfahrt ihr jetzt in meinem neuen Video. Seid gegrüßt, liebe Barsianer, ganz herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Der Altmeister und seine geheime Aktie. Viel wurde gerätselt, was Warren Buffett da eingesammelt hat in den letzten Monaten. Die Spekulationen reichten von JP Morgan über die Citigroup, PayPal, Visa, Mastercard, Bank of America bis hin zu BlackRock. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es handelt sich um Chubb, einen großen Versicherer, der viele Firmen im Bereich Öl und Gas versichert. Öl und Gas war das letzten Schwerpunkt bei Buffett. Auch seine Anteile in Occidental Petroleum hat er weiter aufgestockt in den letzten Monaten. Das heißt, da hat Buffett vielleicht am Rand schon geschaut, was könnte als neue Aktien in Frage kommen. Ist dann fündig geworden. Ich habe Chubb übrigens meinen Lesern im Breakout-Depot bereits am 1. Februar vorgeschlagen als Kauf. Meine Einschätzung damals, Chubb hat sich über die letzten Jahre zu einem der größten Erstversicherer mit Fokus auf Eigentums- und Unfallversicherungen weltweit entwickelt. Die Marktkapitalisierung hat erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten. Heißt, wir reden hier durchaus von einem Blutschip. Die Aktie befindet sich aktuell auf Platz 89 im S&P 500. Und ihr seht es hier in unmittelbarer Nachbarschaft von sehr bekannten Namen wie Boeing oder auch Lockheed Martin. Also ein absoluter Blutschip. Und an der Stelle, wenn ihr meinen Kanal abonniert, verpasst ihr nichts Wichtiges an der Börse, weder zu Buffett noch sonst was. Also einfach unten den Abonnieren-Button klicken. Und ihr seid künftig immer mit dabei an dieser Stelle, wenn aktuelle Themen rund um das Thema Börse und Aktien diskutiert werden. Weiter inhaltlich zum Chubb. Man wächst überdurchschnittlich schnell, also prozentual zweistellig bei den Prämien und hat trotzdem eine sehr niedrige Combined Ratio von ca. 90% im letzten Quartal. Schaffte man sogar 85%, hatte ich damals im Februar geschrieben, Combined Ratio. Das ist die Schaden-Kostenquote bei Versicherern. Sie wird berechnet, indem man die Summe der Schaden- und Unfallkosten sowie der Verwaltungskosten, also die Gesamtkosten, nämlich bei einer Versicherung, durch die verdienten Prämien teilt und das Ergebnis in Prozent ausdrückt. Heißt, eine Combined Ratio von 90% bedeutet, dass die eingenommenen Prämien, die Kosten um 10% unterschreiten, die Versicherung also profitabel ist. Und wer es von 85%, wie in Chubb jetzt zuletzt erreicht hat, ist gerade für einen Großversicherer, der sich eben nicht auf bestimmte Nischen fokussieren kann, ein richtig, richtig guter Wert. Und deswegen war auch die Schlussfolgerung in meiner Kurzvorstellung, so ist Chubb eine wahre Cashflow-Maschine mit einem durchschnittlichen jährlichen Nettogewinnwachstum von 12% über die letzten 20 Jahre. Das ist absolut beeindruckend. Und mein damaliges Fazit war, Chubb ist wohl mit der beste Erstversicherer weltweit, mit einem im Gegensatz zu Allianz und Co. viel dynamischeren Wachstumsprofil und höheren Margen, wobei das umgekehrt auch zu einer höheren Bewertung und einer niedrigeren Dividendenrendite für. Damit ist die Aktie gut geeignet für Langfrist-Rennstrategien. Buffett hat das jetzt offenbar ganz ähnlich gesehen und an meiner Einschätzung hat sich im Prinzip auch nichts geändert. Die Aktie ist seither relativ gemächlich angestiegen, bis gestern nach Bursl. Ich habe es euch hier rechts oben eingekreist, ein richtiger Sprung kam. Da gab es einen Anstieg von rund 10%, was enorm viel ist für einen eher defensiven Wert. Und das zeigt zum einen, wie stark Warren Buffett zumindest kurzfristig immer noch die Kürze beeinflussen kann, wenn er in eine Aktie neu investiert. Die Frage ist aber natürlich, sollen wir die Buffett-Aktie jetzt auch noch kaufen? Da muss man zunächst mal ganz klar konstatieren, es war in der Vergangenheit nie profitabel, neue Buffett-Aktien direkt nach Bekanntwurden des Kaufs von ihm ins eigene Depot zu kaufen, weil dann immer danach starke Rücksetzer gekommen sind. Seitdem man ist so früh dran, dass man gewisse Marktineffizienzen ausnutzen kann, man muss dann quasi sofort außerbrustlich in den USA kaufen, nachdem das 13F-Filing veröffentlicht worden ist, das war gestern Abend, ja der Fall, ich habe es euch hier gelb eingeräumt, um 22.46 Sekunden sprengt die Aktie an, um 22.38 und 31 Sekunden war bereits das Schlusskursniveau des nachbürstlichen Handels erreicht. Und was man auch sehen muss, zwischenzeitlich überdrehte die Aktie dann nach oben bis auf 278 Dollar und kam dann wieder zurück, heißt, auch da gab es welche, die zu viel Aufschlag bezahlt haben. In anderen Worten, man musste sehr, sehr, sehr schnell sein in Deutschland am nächsten Morgen, da wird die Aktie nur noch über Lang und Schwarz gehandelt, da war es so, dass um 7.59 bereits 248 Euro bezahlt worden ist, zu den ersten Umsätzen dann gleich 254 Euro, das heißt, Arbitragegewinne waren noch nicht mehr möglich, es wurde in etwa der Kurs nachgebildet, zu dem die Aktie im nachbürstlichen Handel in den USA geschlossen hat. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es ohnehin besser, ein paar Tage zu warten, bis sich die erste Euphorie gelegt hat und die Aktie wieder zurückkommt, bevor man bei einer neuen Buffett-Aktie einsteigt, wenn überhaupt. Denn, ja, auch Buffett, auch der Altmeister, hatte in den letzten Jahren nicht immer eine gute Hand bei der Auswahl seiner Aktie mit einem heftigen Verlust komplett verkauft, hat Böcksche jetzt nämlich die Aktie von Paramount Global, US-Kurzend P-A-R-A, auf der Aktionärsversammlung hat er dazu gesagt, er hat uns bereits angekündigt oder bereits gemeldet, dass es so war, es war zu 100% meine Entscheidung und wir haben alles verkauft und wir haben ganz schön Geld damit verloren und das passiert in diesem Geschäft. Ganz klar, das gehört dazu, es ist natürlich typisch Buffett, dass er seinen Fehler voll eingesteht, ist ja auch löblich und richtig so, da nimmt man sich selber ein bisschen aus der Schusslinie, aber man muss eben auch sagen, es war in den letzten Jahren deutlich häufiger als nur mal der Fall, dass Buffett keine Outperformer gekauft hat. Ich hatte das in früheren Videos auch schon immer wieder gesagt und jetzt gibt es einen neuen kritischen Artikel, und ich habe es nochmal aufgelistet, aber ich verlinke ihn euch unten unter der Beschreibung dieses Videos. Darin genannt, wurden die ganzen Beteiligungen und Käufe, die nicht wirklich gut waren, Burlington, Northern, Santa Fe, die große Eisenbahnlinie, die wurden häufig als große Ertragsbringer gefeiert, haben aber unter dem Strich für Berkshire schlechter performt, als es ein Investment in der S&P 500 getan hätte. Dann Precision Cast Parts, der Flugzeugzulieferer Buffett viel zu viel bezahlt hat, dann Lubrizol, ebenfalls deutlich schlechter performt als der S&P 500, dann Kraft Heinz, ein klarer Verlustbringer, auch hier viel zu viel bezahlt, gibt Buffett auch selber zu, dann Duracell, die Batterielegende, auch die haben operativ seither eher schlecht performt, hat er 100% gekauft damals, dann Pilot, der Tankstellennetzbetreiber, hier änderte die Übernahme in einem teuren Rechtsstreit, Buffett sagte dann, man muss aufpassen, mit wem man Geschäfte macht, soll heißen, das Geschäft hätte er besser nicht machen sollen. Und das waren letztlich die großen Investments außerhalb der Versicherungen, wir haben nur Apple, Apple als diesen großen, großen Gewinnbringer, der zugegebenermaßen den Rest mehr als aufgewogen hat, aber der ganze Rest war unterdurchschnittlich relativ zum S&P 500, und es waren die komplett, beziehungsweise Mehrheitsübernahme. Dann könnt ihr weitermachen mit Minderheitsbeteiligungen, IBM ging schief, und auch HP zum Beispiel, Unit Packet ging schief. Und jetzt also noch Paramount dazu, ich habe es euch hier gelb eingerehmt, ausgehend von dem Kaufpreis von 31,64 Dollar, ein Verlust von 60%. Wenn wir uns jetzt aber andererseits die Berkshire-Aktie selber anschauen, dann sehen wir über die letzten 5 oder 10 Jahre durchaus eine gute Kursentwicklung. Und wer wie ich bei den Gewinneraktien in einer Schwächephase gekauft hat, der sitzt jetzt auf Kursgewinn von fast 100% bei Berkshire. Wie passt das zusammen? Nun ganz einfach, man muss klar unterscheiden, zwischen der Beurteilung der Performance von Warren Buffett als Stockpicker und der Aktie von Berkshire Hathaway als Gesamtkunstwerk, sage ich mal. Berkshire ist in sich so gut konstruiert, hat so essentielle Geschäfte als operative 100%-Höchter, Eisenbahnlinien, Pipelines etc. und hat das Ganze kombiniert mit einem sehr starken Versicherungsgeschäft, wo man die überschüssigen Prämien, die Floats für Investments in andere Aktien nutzt, ist, dass Berkshire an sich immer noch ein enorm profitables, in gewissen Bereichen quasi unangreifbares Burggraben-Investment ist. Und das ist viel wert und das wird vom Markt eben auch honoriert, zuletzt auch mit deutlich steigenden Multiples bei der Bewertung von Berkshire selber. Aber muss man die Berkshire-Aktie jetzt deswegen unbedingt kaufen, beziehungsweise im Depot haben? Ich denke nicht. Ich habe deswegen bei den Gewinneraktien auch schon länger die halbe Position verkauft. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu JUB gehen, um die geht es ja eigentlich in dem Video, ich denke, wie gesagt, dass JUB durchaus ein interessantes Investment ist und Versicherungen sind eine absolute Domäne von Warren Buffett. Das heißt, kaum jemand durfte sich in dem Bereich so gut auskennen wie Buffett und deshalb ist es absolut auch ein Ritterschlag für das Unternehmen, für JUB, wenn Buffett in diese Versicherung investiert. Und das Ganze ist auch noch aus einem anderen Blickwinkel interessant. Denn JUB ist letztlich auch ein Konkurrent für die Versicherungssparten von Berkshire. Und dass Buffett trotzdem quasi in die Konkurrenz investiert, das hat nochmal eine andere Qualität. Das heißt, Buffett muss wirklich sehr überzeugt sein von dieser Aktie. Und das zeigt auch das Volumen. Er hat immerhin knapp 7 Milliarden Dollar investiert. Damit springt JUB auf Anhieb auf Platz 9 der größten Berkshire Investments. Und das ist durchaus eine Hausnummer. Aber nochmal, gibt es da vielleicht nochmal einen Grund, warum Buffett sich jetzt ausgerechnet für JUB entschieden hat, einen tiefer gehenden Kunden. Und ich denke, ja, ich hatte es eingangs erwähnt, JUB hat relativ viele Öl- und Gasfirmen als Kunden. Damit bewegt sich das Unternehmen quasi in der Schnittmenge der beiden Bereiche, für die Buffett sich am meisten interessiert. Buffett ist ganz offensichtlich Bullish für Öl und Gas. Ansonsten würde er nicht ständig die Beteiligung bei Occidental Petroleum aufstoppen. Und Chevron und Occidental sind mittlerweile auf Platz 4 und 5. in der Liste der größten Workshare-Beteiligungen. Und wenn Buffett Bullish für Öl und Gas ist, und er hat mit dieser These recht, dann wäre das höchstwahrscheinlich natürlich auch nicht schlecht für die Kunden von JUB und damit für JUB selber letzten Endes. Man muss sich klar machen, Buffett denkt meistens in Netzwerken, in Synergien, schaut links und rechts seines eigenen Weges, und man quasi noch angrenzende Firmen findet, die in seinem Kompetenzkreis liegen, und wo es vielleicht Synergieeffekte gibt, und schnappt dann gegebenenfalls sehr gerne hinzu. Heißt umgekehrt für uns als Privatanlegern. Ja, JUB, US-Kurzler ist übrigens einfach CB, falls ihr die Aktie sucht, ist sehr interessant, aber vor allem eben dann, wenn man auch die grundsätzliche Markteinschätzung von Buffett teilt. Das heißt defensiv, hoher Cashbestand, defensiv für Aktien, hoher Fokus auf den Energiesektor, Vermeidung von geopolitischen Risiken und so weiter. Wenn ihr die Welt so seht, mit diesen Augen, dann ist auch JUB eine interessante Aktie für euch. Wenn ihr Optimisten seid, dann gibt es meiner Ansicht nach bessere Aktien. So, ich bin auf meiner Seite, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert es doch gern meinen Kanal. Ich bin Armin Prag, und ich wünsche euch allen von Herzen frohe Pfingsten. Macht's gut, wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder am kommenden Mittwoch. Bis dahin, ciao, ciao.